Okay, ich hab vergessen, mein Mikro ist auch nicht schlecht. Also, da sind wir wieder. Nee, auf den nächsten Tag soll es wieder schön im Sonnenschein. Woher rühre ich denn eigentlich das vor? Ich meine, weil es ja dann vielleicht jetzt schnell leer ist. Ah, okay. Frage übrig. Hup. Mann. So, perfekt. Bin ich echt mal wieder mit der Sensorie? So geil. Pinker Schmetterling. So geil. Pinker Schmetterling. Hatte ich nicht eine Achse bekommen? Ah, ist das Ding für ein Ding gezackt? Mhm. Cool. Ah, ich hab mal die Piste, die hier alles leintgen. Aber, das ist toll. Rauch mehr dran. Hm? аствLie ist praktisch. Es gibt ordentlich Platz. Und irgendeine Axt können wir immer noch machen. Also können wir heute später immer noch machen. Ja, Stummarschluck. Also für euch Stummarschluck auch, weil ich nur unterdrücke. Aber ja, drücke. Also für euch Stummarschluck. Ich möchte jetzt eine Synoption-Ballmusik holen. Ah, wie schön. Wir haben also den Großvater immer bei uns, dass das nicht gut ist. Ich bin gerade über dem. Ich dachte mir, dass ich nicht nur meine Angst habe, sondern einfach, dass es alles ist. Ich verstehe nicht, was er kann. Ich muss dir manchmal ... ... was 하는 die Scheiße? Ich habe einen Scheiße. Nein, nein, nein. Da, da, da. Da, da, das ist ein Vermittlung. Du hast mich mal in die Scheiße. Ein Heißt, du hast mich mal in die Scheiße. So ist das erschabend, dass ich sie aus. Das war mein ... Neues ... Ein paar Bleiben ... Das war's für heute. Das war's für heute. Was�. Ein schmuck. Das ist ein paar Zeigungen. Nun muss ich machen. Ich bin ein paar Zeigungen. Ich bin ein paar Zeigungen. Ich muss die Zeigungen drehen. Einmal schluss! Der ist ein paar Zeigungen. Ich bin ein paar Zeigungen. Untertitelung ab 20.04.2020 Ich hab auch diese Trinchen gemacht. Und zwar aus diesem Problem. Aber ich weiß, dass Du schreckst. Der wird schon für mich schon zusammenhören. Ich weiß nicht, dass Du schreckst. Ui, wenn Du schreckst und ich schreckst, Ich weiß nicht, dass Du schreckst. Also wenn die ganze Tag nichts anderes macht als hier diese harte Arbeit, ne? Da wundert es mich auch überhaupt nicht, dass es unserem Großvater hier an nichts gefehlt hat. Ich mein, der muss ja ständig ziemlich fertig gewesen sein. Ich hatte ständig was zu tun. Nie lange weiden. Aber wie gesagt, der muss halt ständig fertig gewesen sein. Was bedeutet, der hat jede Nacht gerapst wie ein Baby. Okay, dann haben wir es ja doch soweit geschafft mit dem Holz. Wir haben 46 Steine, 313 Fasern, 232 Holz. Okay. Okay. Minus 2 Energy. Also Energy. Sorge mal. Oh, wie geil. Das kann ich essen. Ist hier, Queenie. 25 Energy und 11. Leben. So jedenfalls, ähm, 41 Zeps. 2. 2. 2. Debian. Und ja, die Ho. 3. 4. 5. 5. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 6. Ach so, das ist einfach nur um einen Baum zu klampfen, würde man hier dünnen gehen. Oha, du heilenergie. Eich, das ist einfach nur ein Baum, das ist einfach nur ein Baum. Das ist ein sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, da war ich in kurz. So. Ja, weit. Das muss ich nicht einfach mal einfach mal so hier hinlücken. Ich muss aber schlagen.